Das hier ist der Schachblumenwelt Badesee in Großsteinbach. Ein sehr liebevoll gepflegtes und gestaltertes Areal mitten in der Oststeiermark. Wir sind dann auch noch mit dem Rad unterwegs gewesen. Bilder hiervon und von unserer kleinen, kleinen Radtour gibt es jetzt im Anschluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017